moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute zeige ich euch wie ihr die season 5 zombie herausforderung hat es geknackt lösen könnt hierbei müsst ihr 60 meter bei ausbruch runterfallen ohne den fallschirm oder eine sprungfläche zu benutzen und ohne damage zu bekommen ich zeige euch jetzt wie ihr das ganz easy hinbekommt dann sucht ein ausbruch spiel kauft euch das stamina perk so dass ihr keinen fallschaden bekommt und holt euch die grapple gun dann sucht euch eine hohe stelle leute zieht euch hoch und beim fallen zieht ihr euch noch höher so wie ich hier und lässt euch fallen und wenn ihr stamina habt dann kriegt ihr auch keinen fallschaden und ihr habt die mission ganz easy erledigt also einfach nach hohen gebäuden suchen und hochziehen bis zum ende soweit ihr könnt und runterfallen lassen die grapple gun bekommt ihr entweder durch ein zombie wenn ihr den tötet oder ihr könnt euch die an der werkbank für 250 normalen schrott herstellen das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr da lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern dann sehen wir uns im nächsten stream oder im nächsten video ciao